So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen und ich habe gerade noch diese Pringels Folge gedreht, wer das nicht gesehen hat, unglaublich genial, wie der Adi einfach den Gewinner getippt hat an die Dona Kebab, ja, weil das heißt ja nicht Döner, das heißt Dona, an die Dona Kebab ist ja gar nicht ran, ist einfach weggerannt, aber diese Sizzlen Extra Hot Cheese and Chili Pringels hat er sich aus der Packung selber rausgenommen, hat einen geklaut, ist weggerannt, hat hier rumgemuckt, fand ich übel. Genial, der Adi ist so ein cooler Schauspieler, guckt euch den an, wie er jetzt noch schlägt, jetzt muss er sich wieder sauber machen, er ist ja gerade dreckig geworden beim Essen, wir haben heute aber was anderes für euch vorbereitet und zwar, kennt ihr doch bestimmt die Firma Crazy Wolf, Crazy Wolf, wenn ihr auf Energies steht, Energy Drinks, irgendwas, wisst ihr ja, dass ihr im Kaufland von Crazy Wolf immer einen guten Fang macht, da finde ich das Design meistens nämlich übelst cool, mit diesem bösen Wolf, drauf, geschmacklich schmeckt es halt normal, meistens nach Energy, preislich ist es aber auf jeden Fall empfehlenswert, hat also das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich da sehr gut, Es gibt von Crazy Wolf auch so viele Sorte, ja, vergesst mal hier euer ganzes Monster, euer ganzes, was das andere ist, hier Rockstar, sonst was, gönnt dem Underdog eine Chance, äh, gebt dem Underdog eine Chance, gönnt euch Crazy Wolf. Extra für Thumbnail, jetzt habe ich diese Dosen entdeckt, normalerweise sind das ja kleinere Dosen, die es in tausendfache Ausführungen gibt, mit allen möglichen Schmeckern, und jetzt habe ich diese weiße Dose zuerst entdeckt, dann wusste ich nicht, was das ist, hier steht nämlich einfach, Energy Drink, ich zeige euch das mal so, Energy Drink, Crazy Wolf, Ginseng plus Guarana, wie Ginseng, Guarana schmeckt, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, Und dann habe ich das gesehen, beziehungsweise Pupsi, da stand einfach nur, Energy Drink, Crazy Wolf, Ginseng, Guarana, weil das hier ist original, einfach, Energy, Ginseng, Guarana, und das ist Ginseng Guarana, Siro, also ohne Zucker, brrrr, die zwei wollen wir jetzt auf jeden Fall probieren, und mal gucken, wie, wie schmeckt das überhaupt, Der Ginseng Guarana, kann das was, 49 Cent eine Dose, ich sage doch, Preis ist auf jeden Fall unglaublich, woanders bezahlst du dann 89 Cent, über 1 Euro, Cent, wie auch immer, mache jetzt mal den Original Ginseng Guarana auf, Irgendwie noch diesen Cheese und Chili Geschmack von den Pringles in der Schnauze, riecht auf jeden Fall süßlich, aber irgendwie auch ein bisschen so, ja, fruchtig, kräuterlich, Ist ein Geschmack, den ich jetzt nicht wirklich deuten kann, Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Ginseng und Guarana-Extrakt mit Zusatz von Vitamin, Theoretisch müsste bei dem anderen genau dasselbe draufstehen, Ist auf jeden Fall nicht so süß, wie normale andere Energies, durch diese ganzen Geschmäcker, die da immer reingeboxt wurden, Ginseng Guarana ist auf jeden Fall ein bisschen, äh, unauffällig, sagen wir es mal so, Weißt du, es schmeckt ein bisschen irgendwas, so wie Medizin, wenn ihr da irgendwas, wenn ihr Husten habt und ihr schluckt irgendwas dafür, oder wie was beim Tee, Ginseng-Tee, der Nachgeschmack dieses, das macht sich so ein bisschen breit, Das wirkt also nicht, als wäre das so übelst ungesund, sondern als würdet ihr gerade was trinken, was gut ist für eure Gesundheit, wenn ihr Husten, Schnupfen habt, könnt ihr das gerne zu euch nehmen, Ist wahrscheinlich aber alles nur dummes Gelaber, keine Ahnung, trinkt es auf jeden Fall nicht, trinkt am besten Zero Sugar oder trinkt auf jeden Fall gar nichts, Boah, der riecht ja komplett anders, Mit Süßungsmitteln, ja, eigentlich müsste doch das genau derselbe sein wie der, Der riecht ganz leicht, jetzt, jetzt habe ich es, der riecht wie diese Putzi, Zahnpasta für Kinder, So einen Nachgeschmack hat der auch, aber der, Der riecht wie irgendeine heftig frische Orangenlimonade, richtig knallig und aufdringlich, Aufdringlich, also es riecht nicht schlecht, aber mich wundert, dass der stärker riecht, als der andere, Weil das ja Zerro ist, ne, Boah, der schmeckt wieder komplett anders, als er riecht, Wirkt schon wieder wie, wie, wie Mandarine, Orange, Aprikose, Clementine, was es noch alles gibt, Ich kann jetzt irgendwie keinen Unterschied großartig feststellen mehr, Moment, Babich süß, Babich süß, matt, mit ein bisschen mehr Chemie und Apotheke, Ich glaube, wenn die gut gekühlt sind, kann man einfach beide trinken, ich habe keine Ahnung, Habt ihr das schon mal probiert? Hattet ihr schon mal den Crazy Wolf Ginseng Guarana oder hattet ihr schon mal den anderen? Schreibt es mal in die Kommentare, Äh, ich finde auf jeden Fall die Geschmäcker sehr interessant, Ich finde die Geschmäcker auf jeden Fall sehr interessant, aber es ist jetzt nicht unbedingt was, Was ich jetzt, äh, mir komplett immer reinziehen würde oder massenhaft trinken würde, Das ist wirklich mal eine Dose im Jahr, muss reichen, Anders als bei dem Kamerad hier, der 5-0-Dosen-Bier-Experte ist wieder am Start, Und das ist die letzte Dose 5-0-er, die ich hier habe, Danach müsste ich nämlich Neues holen und das riecht schon wieder wie hier hinge... Also die... Die zwei Crazy Wolfs haben auf jeden Fall besser gerochen, Aber ihr wisst immer, wenn wir was zu trinken testen, Wollen wir am Ende ja eine Dose 5-0-Bier trinken und das ist jetzt wieder soweit, Deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus, Oh mein Gott, die Schlange! War es das von meiner Seite aus? Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin... Ja, Adi, ich sehe dich, ich sehe dich! Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses! Oh mein Gott, so... Bis dahin... Das war's für heute. Mann, war das gut. Oder auch nicht.